Mit der 1994 erneuerten Herzog-Standbahn geht es zum Fahrenberghugel auf 1627 Meter. Hoch über dem Walchensee steht die Kriegerkapelle. Auf seinem Lieblingsberg ließ König Ludwig II. hier 1865 ein Gebäude, das sogenannte Königshaus erbauen. Nah beieinander liegen der Martinskopf und der Herzog-Stand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Herzog-Stand ist 1731 Meter hoch und gehört zum Gebiet der Gemeinde Koche am See. Vom Gipfel aus hat man einen großartigen Rundblick in alle Himmelsrichtungen. Ein Platz in Bayern, welchen man besucht haben sollte.